Advent, Advent, Teil 2 Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst 1, dann 2, dann 3, dann 4. Dann steht das Christkind vor der Tür. 2. Advent, Kassandra. Es ist für uns eine Zeit angekommen. Es schlafen Bächlein und See unterm Eise. Es träumt der Wald einen tiefen Traum. 3. Advent, Kassandra. Es schlafen Bächlein und See unterm Eise. Es träumt der Wald einen tiefen Traum. 4. Durch den Schnee, der leise fällt, wandern wir, wandern wir durch die weite, weiße Welt. Wie die Motten zum Licht hatte es die Menschen klein kummeros auf die Dorfwiese gezogen, hin zu den drei leeren Galgen und zu dem vierten, der kerzengleich strahlte. Der alte Herr Anders baumelte bewegungslos im Nebel, eine Schlinge um den Hals. Seine Augen waren weit aufgerissen, rot geplatzte Adern durchzogen das weiße Augäpfel. Unter ihm hatte sich eine gelblich, mittlerweile gefrorene Pfütze gebildet. Ihr Opa hatte darauf bestanden, dass Kassys Oma zu Hause blieb. Diese aber hatte sich von ihrem Mann noch nie etwas sagen lassen. Sprachlos also hatten alle drei am Morgen des ersten Advents vor dem unerklärlicherweise leuchtenden Galgen gestanden. Mit ihnen waren auch andere Dorfbewohner versammelt gewesen, manche in Schock, andere in Fassungslosigkeit. An diesem Tag war in mehrere Häuser der Strom und damit auch die Wärme zurückgekehrt. Kassys kannte die Dorfbewohner nicht gut, sie war in ihrer Kindheit häufiger den ganzen Sommer über bei ihren Großeltern gewesen, aber das war nicht nur Jahre her, sondern eben auch in ihrer Kindheit gewesen. Entsprechend hatten sie sich nicht für die alten Leute, die Erwachsenen interessiert, sondern die Tage im anliegenden Wald verbracht oder auf endlosen Wanderungen über den weitläufigen Feldern. Was sie jetzt dafür geben würde, diese Weite sehen zu können. Aber stattdessen war da nur dieser alles verzehrende Nebel, der sie einengte, gefangen hielt, isolierte. Ihr Großvater hatte schnell herausgefunden, wer drei der glücklichen Haushalte waren. Die Namen sagten Cassie nichts. Dennoch stapfte sie nun durch eisigen Schnee und dichten Nebel bis hin zum Haus der Vormanns, einem der drei warm erleuchteten Häuser. Bei ihnen, hatte Cassies Oma gesagt, wäre die Chance am höchsten, ein Gefallen erfüllt zu bekommen. Sie brauchten dringend trockenes Holz und hatten dafür langhaltbare Nahrung anzubieten, die ihre Oma wie, um sich eben auf diese Situation vorzubereiten, im Keller gelagert hatte. Neben einem Trinkwasservorrat, für den sie ihre Großeltern immer belächelt hatte. Ein Vorteil hatte die Nachkriegsparanoia ihrer Großeltern also doch. Was auch immer sie da in ihrer Tasche hatte, es sah nicht sehr appetitlich aus, aber es war Essen. Und davon hatten Frau Vormann und ihr Sohn nicht viel, das war klar. Cassie erreichte die nächste Straßenlaterne, die sie als Orientierung durch die Nebel nutzte und musste wieder an die Begegnung mit dem Jungen denken. Jendrik, hieß er, wenn sie sich nicht täuschte. Armer Bengel, erinnerte sie an ihren kleinen Bruder? Wie es Linus wohl ging? Cassie ließ die Straßenlaterne als dunkles, langsam die Form verlierendes Gebilde im Weißen nicht zurück und stapfte weiter, Schritt für Schritt durch den Schnee. Endlich sah sie ein schwaches Glimmen, ein warmes gelbes Licht, das immer heller und klarer durch das Grau schien. Täuschte sie sich? Oder wurde es auch wärmer, je näher sie dem alten Haus aus rotem Ziegelstein kam? Cassie passierte die Auffahrt und konnte an ihr geöffneten Haustür mehrere Bittstelle erkennen. Natürlich war sie nicht die Einzige, die hergekommen war. Natürlich nicht. Das ganze Dorf hatte seit einigen Tagen kein Strom, kein fließendes Wasser und nur die Vorräte, die am Mittwoch vor dem Nebel im Haus gewesen waren. Und jetzt saßen auf einmal mehrere glückliche Haushalte wieder im Warmen, ohne in jeder wachen Sekunde ein Auge auf das Feuer und den zu neigegehenden Holzvorrat haben zu müssen. Bitte gehen Sie, ich habe Ihnen gesagt, ich kann nicht noch jemanden aufnehmen. Frau Fuhrmann klang verzweifelt angesichts des weiter pöbelnden Mannes vor ihrer Tür, der verlangte, einen Platz im Warmen zu erhalten. Bitte Jonas, lass uns gehen, flehte seine Frau, doch er stieß sie grob zu Boten. Cassie eilte zu der Frau und half ihr auf, während Jonas Frau Fuhrmann mit geballter Faust drohte. Jetzt sitzt du am längeren Hebel, aber dann warte, du dumme Schlampe. Du kannst dich auf was gefasst machen. Komm, wir gehen. Er riss deine Frau aus Cassies Arm und zerrte sie hinter sich in den Nebel, wo die beiden Gestalten schnell mit dem Hintergrund verschmolzen und nur noch leises Weinen zu hören war. Ich habe alle Alten des Dorfes und dazu die Kinder des Schulzes aufgenommen. Es tut mir leid, aber ich habe auch für dich keinen Platz mehr, seufzte Frau Fuhrmann. Cassie schüttelte den Kopf. Nein, deswegen bin ich nicht hergekommen. Meine Großeltern haben einen Kamin und sind wahrscheinlich besser versorgt als die meisten anderen. Aber ihr Feuerholzvorrat hat vor einigen Tagen zu viel Feuchtigkeit abbekommen. Es ist kaum etwas davon zu gebrauchen, deswegen soll ich fragen. Naja, weil sie vor kurzem mit unseren Nachbarn getauscht haben und das Holz selbst nicht brauchen. Ja, natürlich, ich hole dir etwas. Ich habe auch etwas zu tauschen dabei, fügte Cassie hinzu, um sich nicht allzu sehr wie eine schäbige Schnorrerin zu fühlen. Nein, die Zeit des Schnorrens war vorbei. Jetzt hatte sie etwas im Tausch anzubieten und würde so schnell nicht wieder um Almosen bitten. Hinter Frau Fuhrmann tauchte ihr Sohn auf. Der Junge konnte höchstens 14 oder 15 sein, doch hatte er den ersten Wachstumschub schon hinter sich, weshalb er seine Mutter bereits überragte. Nur zu Cassie musste er noch hochschauen und er tat es nur allzu gern, wie es schien. Ich geh schon, bot er an und flitzt hinter seiner Mutter durch den Flur in Richtung Rückseite des Hauses. Cassie kramte die Einmachgläser heraus und übergab sie der müden Frau vor sich. Danke, meine Liebe. Ich schicke Jendrik schon immer zu den Häusern der Leute, die wir aufgenommen haben, aber da ist nicht so viel Essen, wie man vermuten müsste. Jendrik kehrte mit dem Arm voller Holzscheite zurück. Stolz, als hätte er sie eigenhändig geschlagen, half er Cassie, sie in ihrer Tasche zu verstauen. Ich danke euch, sagte Cassie, als sie ihren nun merklich schwereren und weniger angenehm geformten Rucksack wieder schulterte. Gut, dass der Weg nicht weit war. Mit dem Gepäck hätte sie keine Wanderung unternehmen wollen. Lange hielt sie es nicht im Haus ihrer Großeltern aus, nachdem sie das Holzheim gebracht hatte. Die Unruhe ließ sie durch die kalten Zimmer tigern und nach wenigen Runden durch das Haus beschloss sie, diese Energie lieber draußen zu gebrauchen. Ohne eine richtige Idee, was sie tun sollte, brach sie auf und steuerte zuerst auf den Wald zu, der direkt an das Grundstück ihrer Großeltern angrenzte. Als Kind hatte sie sich oft die tollsten Geschichten ausgedacht, von Einhörnern und Feen, die sie tagsüber zu sich locken wollte. Abends, wenn es dunkel wurde, machten diese märchenhaften Vorstellungen Platz für unheimliche Fantasien von dunklen Gestalten zwischen den Bäumen und Monstern, die sich ans Haus heranschlichen, sobald die Sonne hinter dem Horizont verschwunden war. Jetzt war der Wald eher eine Ahnung, auf die sie durch den Nebel zuging. Als das Haus am dichten Weiß verschwunden war, schelten sich langsam die ersten Umrisse der Bäume heraus. Wie eine dunkle Wand tauchte der Waldfeuer auf. Sie blieb stehen und lauschte, doch kein Lautdrang aus dem sonst auch im Winter belebten Unterholz. Kein Tier lief durch den Wald, kein Vogel schrie. Kein Wind ließ die Äste rascheln oder den Schnee knackend vor ihnen hinabfallen. Totenstille. Als dämpfte der Nebel sämtliche Sinne, schnitt sie auch auf diese Art von allem ab und hinterließ nichts als eine eiskalte, taube, leere, weiße Welt des Nichts. Sie ging näher heran und spürte, wie jeder Schritt ihr schwerer fiel, als liefe sie gegen starken Wind oder als versuche sie, zwei gleich gepulte Magnete aneinander zu drücken. Schließlich, weniger Zentimeter vom Rand des Waldes entfernt, kam sie nicht mehr voran. Alle Kraft, die sie hatte, brachte sie, um an Ort und Stelle stehend zu bleiben, um nicht von der magnetischen Kraft weggeschoben oder geschleudert zu werden. Geschleudert, wie das Auto des Alkoholikers vorgestern. Cassie gab auf und ließ sich von der Kraft wieder durch den Nebel in Richtung Haus schieben. Dann musste sie sich etwas anderes einfallen lassen. Sie verließ das Grundstück, lief immer Straßenlaterne für Straßenlaterne den Weg zur Hauptstraße hinab und bog dann auf den Weg hinaus, in die Richtung, wo das Autowrack noch liegen musste. Natürlich lag es noch da. Wer sollte es da noch wegräumen? Auch die Leiche des Alkoholikers lag noch darin, vorgebeugt über das Lenkrad. Immerhin war er angeschnallt gewesen, dachte Cassie zynisch. Nur den Mann, den das Auto auf dem Weg erwischt hatte, hatte dessen Familie mitgenommen. Dort, wo sein zermalmter Körper gelegen hatte, war nur noch eine dunkelrote Stelle im Schnee. Cassie kniete sich vor den Wagen, beäugte die Vorderseite. Kein Kratzer. Sie stand wieder auf und ging einen Schritt zurück. Nicht so weit, dass die Katastrophe vor ihr im Nebel verschwand, aber so weit, dass sie sich ein Gesamtbild machen konnte. Das Auto war zusammengedrückt. Als hätten von beiden Seiten massive Kräfte auf die Karosserie eingewirkt und es so deformiert. Hatte der Fahrer das erlebt? War er von diesen Kräften getötet worden? Oder erst von einer katapulthaften Entladung der Kräfte in Richtung des Dorfes? Das könnte vermutlich höchstens die Gerichtsmedizin feststellen. Und die wusste nicht einmal, dass es Arbeit für sie gab. Genauso wenig wie irgendjemand da draußen wissen konnte, was ihr vor sich ging. Sie kam nicht raus. Das hatte der Bruchpilot vor ihr bewiesen. Und niemand kam rein. Sonst hätte man ihnen doch längst geholfen. Was also, wenn es nächstes Mal nicht zu spät wäre? Was, wenn einer der alten Leute einen Herzinfarkt hatte oder einen Schlaganfall? Sie hatten, soweit Cassie wusste, keine Ärzte im Dorf. Sie wären dazu verdammt, kranke Menschen einfach sterben und wahrscheinlich vorher leiden zu lassen. Am Dienstag war alles wie gehabt. Nebel, Kälte, Abgeschnittenheit, Stromausfall. Cassies Großeltern bewahrten eine bewundernswerte Ruhe. Doch Cassie zog es nach draußen. Als sie gerade hinausgehen wollte und verzweifelt weiter nach einem Ausweg, irgendeinem verdammten Ausweg zu suchen, hielt ihre Oma sie auf. Cassie wurde erneut ein Machgläser in ihr Hand gedrückt und sie sollte zu einem der Bewohner der renovierten Scheune gehen. Dein Opa braucht Strom für sein Hörgerät. Es eilt nicht, aber er besteht darauf, erklärte ihre Oma. Cassie nickte. Ja, ihr Opa war stur. Das kannte sie ja zu gut. Auch von sich selbst. In dieser Situation Strom für so etwas zu verschwenden. Aber es war nicht zu machen. Sie hatten genug Vorräte und wenn es ihren Großeltern half, bei Verstand zu bleiben, sollte es so sein. Wahrscheinlich würde sie sich selbst auch verzweifelt an jedem verbleibenden Sinn klammern, der ihr noch blieb. Das Sehen wurde ihnen allen geraubt. Aber allen außer ihrem Opa, zumeist den meisten, den Jungen, den Gesunden, blieb das Hören. Opa war wäre allein mit seinen Gedanken gefangen, wenn der Strom seiner Hörhilfen ausging. Cassie verirrte sich zweimal auf dem Weg. Dann erreichte sie endlich die alte Scheune. Früher hatte diese leer gestanden, war vor sich hin zerfallen und ein Paradies für streunende Katzen und mutige Kinder wie Cassie gewesen. Einmal hatte sie sogar in den Sommerferien mit ihrer damaligen besten Freundin versucht, darin zu übernachten. Doch hatten sie sich gegenseitig mit Geistergeschichten zu viel Angst gemacht, um lange dort zu bleiben. Jetzt ragte ein modernes Reihenhaus vorher auf. Sie folgte dem warmen Licht und erreichte die verschlossene Haustür. Das Türklingeln war das schönste Geräusch, das Cassie seit beinahe einer Woche gehört hatte. Mürrisch öffnete der Familienvater die Tür. Was hast du? fragte er mit genervtem Tonfall. Auch bei ihnen mussten die Dorfbewohner Schlange gestanden haben. Cassie hielt das Einmachglas vor sich. Obst. Das wäre für eine Familie mit Kindern sicher verlockener als Pilz oder Trockenfleisch. Der Mann schnappte sich das Glas. Was willst du? Das Hörgerät meines Opas braucht Strom. Erst starrte der Mann sie unglaublich an. Dann lachte er. Ha ha ha, ein Hörgerät. Herrlich. Ergib her, Püppi. Das letzte Wort ließ Cassie innerlich zusammenzocken und ekel in ihr aufstiegen, aber sie lächelte und reichte das kleine elektrische Gerät hinüber. Ha ha, kannst du es naja wieder abholen. Um das Ding wirst du dich wohl kaum kloppen müssen. Ein Hörgerät. Ha ha ha. Ha ha ha, postete er erneut, als er die Tür vor Cassie schloss. Sie widerstand dem Impuls, gegen die Tür zu treten. Stattdessen nutzte sie die Zeit, die das Gerät zu laden hatte, um sich weiter umzusehen. An diesem Tag miet sie die Dorfwiese. Sie bruchte eine Pause von Leichen, die in Anblick des Alkoholikers gestern hatte fürs Erste gereicht. Systematisch streifte sie den Dorfrand ab und versuchte, sich ein Bild von der Barriere zu machen. Wo genau fing sie an? Gab es vielleicht Schwachstellen? Macht es einen Unterschied, ob man sich auf der Straße oder über das Feld näherte? Nachdem sie das Hörgerät wieder zu ihrem Opa gebracht hatte, suchte sie sich ein Notizbuch und zeichnete das Dorf, so gut es ging, auf. In ihre wärmste Kleidung gehüllt, verbrachte sie den restlichen Tag damit, sich einen Überblick zu verschaffen. Sie suchte Karten des Dorfes aus Schreibtischschubladen, kartierte aus dem Gedächtnis die neuen Ortsteile dazu und zeichnete, so genau es aus ihrem Zimmer heraus konnte, die ihr bekannten Grenzen der Barriere ein. Vielleicht war es verschwendete Liebesmüh. Aber es war etwas, was sie aktiv tun konnte. Auf ihren Erkundungszügen am nächsten Tag bewegte sie sich ausschließlich am Waldrand entlang. Es war ein mühsames Vorgehen. Nur langsam kam sie voran durch Nebel, Schnee und Eis und natürlich durch den magnetischen Widerstand, gegen den sie ohne Pause ankämpfen musste. Schon am frühen Nachmittag war sie so erschöpft und durchgefroren, dass sie resigniert im Haus ihrer Großeltern zurückkehrte. Sie hatte keine Schwachstelle gefunden. Nichts. Den ganzen Tag hatte sie den Waldrand folgend das Dorf zur Hälfte umrundet und ihr war nichts aufgefallen. Überall war die Sicht nicht mehr als eineinhalb Meter weit möglich. Überall Eiseskälte, die die Menschen in ihren Häusern hielt, wo sie sich an das letzte bisschen Wärme klammerten, was ihnen nach einer Woche in diesem Albtraum noch blieb. Die, die die Cassie noch Kraft hatten und nicht zu den privilegierten Haushalten gehörten, mussten verzweifelt versuchen, ihre Situation zu verbessern. Tauschen, drohen, betteln bei denen, die mehr hatten. Aber um alle war die Barriere gleich. Wenigstens die Barriere unterschied nicht. Und sie schien auch keinen Unterschied zu machen, ob sie am Waldrand begann, am Gartenzaun oder mitten auf dem Feld. Cassie konnte nur schätzen, aber wenn sie sich nicht irrte, könnte sie einen ziemlich geometrischen Kreis bezeichnen. Und diesen Mittelpunkt war die Klosterruine. Nein, die Wiese davor. Die Wiese mit den vier Galgen, die aus dem Nichts aufgetaucht waren und an denen bereits das erste Opfer hing. Am Mittwoch hörte Cassie verzweifelte Schreie aus dem Haus, in dem sie gestern noch Strom gegen Essen getauscht hatte. Sie war mit dem Ziel, ihre Kartierungsversuche abzuschließen, losgezogen. Ihre Großeltern hatten noch vor dem Kamin geschlafen, eng aneinander geschmiegt. Cassie hatte sich als Frühstück das am wenigsten lange Haltbare geschnappt, was sie auf die Schnelle finden konnte. Dann war sie so warm es nur möglich war, angezogen, hinaus in den Nebel aufgebrochen. Hinter den hell erleuchteten Fenstern musste etwas passiert sein. Ein erneuter Schrei, gedämpft durch die dicken Fensterscheiben, drang nach draußen und Cassie sah sich unschlüssig um. Sollte sie helfen? Konnte sie helfen? Sie versuchte näher ans Haus heranzuschleichen, aber das Knirschen unter ihren Füßen ließ sich nicht vermeiden. Unter dem Fenster blieb sie stehen, duckte sich, lauschte. Eine Frau schrie, ein Kind weinte und ein Mann brüllte. Was genau verstand sie nicht? Nur einzelne Worte drang sie hinaus. Steht ihr nicht zu? Mama! Schnauze! Gerade mir! Dann ein lautes Krachen. Es musste beinahe ohrenbetäubend gewesen sein, so laut und deutlich, wie es bei Cassie ankam. Erschrocken hielt sie sich den Mund mit ihrer vom Fäust den bedeckten Hand zu. Das Weinen des Kindes wurde zu einem panischen Schrein. Dann Stille. Cassie presste sich mit dem Rücken an die Wand unter dem Fenster. Wer auch immer da drin diese Familie bedroht hatte, er war gewaltbereit. Und darauf konnte sie verzichten. Sie ging noch immer den Rücken an der Wand zur Seite, weg vom Fenster und weg von der Eingangstür. Wenn sie die Ecke des Hauses erreicht hätte, würde sie laufen können. Binnen weniger Meter wäre sie unsichtbar und niemand würde sich die Mühe machen, bei der Kälte, bei der schlechten Sicht hinaus zu laufen, nur um ihr hinterher durch den Nebel zu irren. Sie erreichte die Ecke. Sie sprintete los. Ihre Lungen brannten. Die Kälte stach ihr in die Wangen. Das Haus hinter ihr wurde vom Nebel verschluckt. Bis auch das letzte warme Licht vollkommen vom dichten Weiß ausgelöscht wurde. Auch die anderen mit Strom gesegneten Häuser hatten es nicht leicht. Scheinbar hatten die, die in der Kälte saßen, beschlossen, sich ebenfalls zu nehmen, worauf sie ein Recht zu haben meinten. Cassie fand drei der Häuser. Das der Familie, bei der sie das Hörgerät hatte, laden dürfen. Das des Briefträgers und Familie sowie das der Familie Vormann. Auch wenn sie das Dorf blind kannte, wusste sie nicht, wer die anderen waren oder diese hatten sich schlauer angestellt und taunten sich. Vielleicht in der Vorahnung der Missgunst der anderen Dorfbewohner. Der Briefträger und seine Frau waren ebenfalls von einer Gruppe überwältigt worden. Cassie hörte Julene Stimmen aus dem Haus. Im Garten lag mit dem Gesicht nach unten ein regloser Körper. Das musste der Briefträger sein. Für seine Frau hatten die Männer scheinbar noch Verwendung. Was mit den Kindern war, mochte sie sich nicht ausmalen. War die Stimmung so abrupt gekippt? Oder hatte Cassie sich einfach in die Illusion gehüllt, dass auch die anderen im Dorf so ruhig besonnen blieben wie ihre Großeltern? Was hinter verschlossenen Türen an den Kaminen der Nachbarn, die man doch kaum kannte, so geschah, war also doch immer wieder eine Überraschung. Jeder war in der Lage, jemand anderen zu verletzen, wenn der Anreiz so stimmte. Nur Familie Fuhrmann hatte Glück. Ihnen zur Hilfe gekommen waren die Eltern der Kinder, die sie aufgenommen hatten und die jüngeren, agileren Nachbarn der älteren Leute. Als hätten sich zwei Lager gebildet, dachte Cassie. Die Alten und Schwachen mit ihren Beschützern gegen die, die sich nahmen, was sie wollten. Auf welcher Seite stand sie? Auf welcher Seite würde sie stehen, wenn es ernst wurde? Die Lage blieb auch am nächsten Tag angespannt. Zwar blieben die Menschen wegen der beinahe unerträglichen Kälte in den Häusern, so schien es zumindest, man sah ja keine zwei Meter weit, aber hinter den Mauern, hinter den Türen und Fenstern musste es brodeln. Die, die die beiden Häuser übernommen hatten, mussten sich bereit halten, selbst Opfer eines Überfalls zu werden. Sie wussten ja nun, wozu ihre Nachbarn fähig sein konnten. Die, die noch ihren Strom und ihre Wärme hatten, ebenso. Und dann die, die ihren Nachbarn den Luxus gegönnt hatten, die statt Gewalt Tauschangebote gebracht hatten. In welchem Haus würde sich die Spannung zuerst entladen? Wer würde zuerst zuschlagen, morgens das Überraschungsmoment nutzend? Cassie hielt die Anspannung nicht aus. Am Freitag traute sie sich wieder ihre Erkundungszüge fortzusetzen. Sie strich am Dorfrand entlang, immer wieder in den Nebel lauschend, um nicht überrascht zu werden. Beinah meinte sie, die Barriere mittlerweile ertasten zu können. So vertraut war er das Gefühl, wenn der Widerstand so stark wurde, dass sie selbst mit größerer Kraftanstrennung keinen Zentimeter mehr vorankam. Frustriert gab sie die Bemühungen am Dorfrand auf. Sie umstrich leerstehende Häuser, die deren Bewohner sich in fremden Wohnzimmern eingenistet hatten. Sie hoffte, etwas Nützliches zu finden oder vielleicht ein Ansatz einer Erklärung. Viele Menschen wohnten hier schon seit Jahrzehnten, manche Häuser waren seit Generationen in der Familie. Vielleicht hatte irgendjemand von ihnen hier einen Ansatz, ein altes Tagebuch, irgendetwas. Gegen Abend hatte sie das Dorf umrundet, mehrere der ältesten Häuser durchschlichen und eine deprimierende Bilanz gezogen. Es gab keine einzige Lücke. Nirgends gab die Barriere auch nur das geringste bisschen nach. Es gab keinen Weg, keine Straße, keinen Trampelpfad heraus. Sie hatte mehrere alte Tagebücher, Landkarten, Stammbäume und Adressbücher gefunden und in ihr Zimmer gebracht, doch noch nicht die Muße gehabt, alles zu sichten. Allein das herauszufinden, hatte sie drei Tage ihre gesamte Kraft gekostet und es hatte sie kein Stück weiter gebracht, zumindest kein Stück weiter hier raus. Es schien der Barriere auch egal zu sein, ob sie mit Kraft, sanft, mit Anlauf oder vorsichtig an die Grenze zu gelangen versuchte. Am Ende stieß sie wieder fort, mit Schwung, wenn Cassie Anlauf genommen hatte. Aber das hatte er bereits der Alkoholiker bewiesen. Cassie saß auf dem Boden in ihrem Zimmer, vor sich sämtliche Karten, Aufzeichnungen und durchgestrichene Skizzen, die sie gemacht hatte. Daneben lag der kleine Stapel gestohlener Notizbücher und Dokumente, doch fehlte Cassie die Ruhe, sich dieser Recherche zuzuwenden. Nun gut, wenn der Rand des Kreises ihr keine Antwort geben wollte, dann vielleicht das Zentrum. Der Schnee auf der Dorfwiese verdiente diese Bezeichnung eigentlich nicht mehr. Platt getreten und neu vereist glich die Wiese mehr eine Skipiste am Ende einer schneefreien Woche, doch nur eine dünne Schicht der spitzen Eiskristalle hatten sich darüber gelegt. Zumindest sah Cassie so, dass sie an diesem Samstag früh die erste auf der Wiese war. Keine frischen Sporen. Noch immer hing die gefrorene Leiche des alten Mannes am Galgen. Das Licht, das über ihm schien, erhellte den Himmel, durchdrang den Nebel, anders als jede Taschenlampe es konnte. Statt vom Nebel reflektiert und zu einer weißen Wand zu werden, schien es einen Weg hindurch zu finden und bewies, dass die Welt doch nicht nach wenigen Metern endete. Dieses Licht trotzte seit beinahe einer Woche allen physikalischen Regeln. Cassie erinnerte es an das Leuchten eines Irrlichtes, das verlorene Wanderer ans Verderben lockte. Nur, dass es hier fest im Zentrum des Verderbens schien. Sie näherte sich dem vierten Galgen, dem, der am weitesten von der Leiche des gefrorenen, dementen Mannes wegstand. Vorsichtig ging sie an das Holz heran, suchte nach irgendwas, das auf seinem Ursprung seine Erschaffer hindeutete. Das Holz war rau, wie von Wetter und Zeit angegriffen, die Oberfläche war weder geglättet, noch mit Lack oder ähnlichem versiegelt. Wenn sie mit ihrem bloßen Finger drüber gestrichen hätte, hätte sie sich mit Sicherheit einen Splitter eingefangen. Weder unten, wo der Stamm im vereisten Boden versank, noch dort, wo oben, wo sich der kleinere zweite Balken mit der Schlinge abzweigte, konnte sie irgendetwas Auffälliges finden. Außer? Sie bückte sich, besah das Holz näher. Nein, das war es nicht, was ihr aufgefallen war. Es war der Boden. Die Galgen waren nicht in den Boden eingelassen. Sie waren aus dem Meer rausgekommen. Nicht, als wären sie wie natürliche Pflanzen gewachsen, sondern als hätten sie sich mit Gewalt aus dem Untergrund gebohrt und wären an der Oberfläche durchgebrochen. Die Stimme eines Mannes ließ Cassie herumfahren. Es war der raue Bariton eines starken Rauchers. Das musste der alte Herr Schrank sein. Er unterhielt sich mit jemanden, doch die andere Person sprach zu leise, als dass Cassie sie erkannt hätte. Blitzschnell ging einige Schritte durch den Nebel in Richtung der Klosterruine. Ihr Bauchgefühl sagte ihr, dass sie nicht auf diese Leute treffen wollte. Die Galgen verschwammen zu dunklen Schemen und lösten sich in dem trüben Grau auf, als sich vor Cassie die hohe Steinwand auftat. Sie lehnte sich dagegen und lauschte in den Nebel. Herr Schrank und seine Begleiter mussten die vier Adventskranz Galgen erreicht haben. Sie standen nur wenige Meter von Cassie weg. Doch durch den Nichten Nebel war sie so gut verborgen, als wäre sie gar nicht da. Ein Gutes hatte dieses trübe, unbegreifbare weiße Gefängnis also doch. Sich zu verstecken war geradezu lächerlich einfach. Cassie betete, dass sie nicht zu der werden würde, die jemand verstecktes übersah. Die Gruppe am Galgen schien dies zu ihrem Treffpunkt auserkoren zu haben. In Ermangelung einer Dorfkneipe, zentral gelegene Scheune oder auch nur einer Bushaltestelle war dies auch der bestmögliche Ort dafür. Nur blöd, dass, falls es ein geheimes Treffen sein sollte, unerwünschte Zuhörende wie Cassie mitten auf der Wiese stehen konnten. Dummerweise drangen nur Fetzen des Gesprächs und vor allem der Redeanteil Herr Schranks zu ihr. Weder konnte sie erkennen, wie viele Begleiter er hatte, noch wer diese wohl waren. Morgen früh, spätestens, eher noch heute Abend. Schweigen, scheinbar diskutierten die anderen. Ihr werdet noch auf mich hören, jammert da nicht, wenn es so spät ist. Cassie war hin und her gerissen, näher ran und verstehen, was sie planten oder besser ganz schnell weglaufen, um sicher zu gehen, dass sie nicht am nächsten Galgen hing. Denn irgendwie hatte sie das vage Gefühl, dass diese Leute nicht unschuldig am Tod des ersten Opfers waren. Sie riss sich aus ihrer Starre. Weg, lieber weg. Wie oft hatte sie nicht schon aus purer Dummheit oder Neugier oder Selbstüberschätzung die Erfahrung gemacht, wann es so viel war. Heute würde sie aus dieser Erfahrung eine Leere ziehen. Sie begann seitwärts zu schleichen. Weg von hier. Sich weiter umschauen, weitere Informationen sammeln, sich raushalten. Das wäre sicher. Dabei würde ihr nichts passieren. An diesem Abend war der Strom wieder weg. Casey war gerade auf Höhe des Hauses der Fuhrmanns, sah im Nebel das warme diffuse glimmer an der Fenster und spürte die Wärme, die selbst mehrere Meter durch den Nebel drang. Ihr weiterer Strafzug durchs Dorf hatte ihr über die Natur ihre Lage, über die Barriere und den Nebel nichts verraten. Aber immerhin hatte sie herausgefunden, wer sich wo aufhielt. Grob unterteilt bestand das Dorf wohl nun aus drei Parteien. Den Fuhrmanns, die als Wohltätige so viele Menschen wie möglich Unterschlupf gewährten, sowie deren Gästen und die Familie und Freunde ihrer Gäste, die selbst auf einen Platz im Warmen und Hellen verzichteten. Dann die, die die Häuser derer besetzt hatten, die ebenfalls im Warmen und bei Strom fließend Wasser und Licht hatten leben können. Und dann gab es Cassie, ihre Großeltern und noch einige andere, die sich heraus hielten, die sich in ihren Häusern verschanzten, niemanden herein ließen und höchstens für ein Tauschgeschäft auf die Straße gingen, gleichgültig dabei, mit wurde es mit einem Schlag dunkel und eiskalt. Der Strom war wieder weg. Cassie fuhr herum. Aus dem Haus war ein verzweifelter Schrei zu hören, dann weinen. Aber sie konnte nichts tun. Sie kehrte zum Haus ihrer Großeltern zurück mit nichts als seine nutzlos gewordenen Erkenntnis über die soziale Dynamik des Dorfes. Lange grübelte sie an diesem Abend über die letzte Woche und darüber, wie es weitergehen sollte. Irgendwann schlief sie ein. Schritte im Schnee, eine leise knarrende Tür, Schritte im Haus, Schreie in der Nacht. Am nächsten Morgen leuchteten zwei Kerzen durch die Nebel. cocon do exerc en liche weitere 重 woman husband Den knall мо l ball bat